hi zusammen hier ein kleines video zum tiger dem netztuch zur besseren reinigung wir starten mit dem mikrofasertuch und der bernardy miss baker die hier nach dem kneten eben die eingetrockneten reste an teig hinterlassen hat man sieht auch mit mikrofasertuch also ganz gewöhnlichen gängigen mikrofasertuch das geht natürlich alles weg denn bisher habe ich auch nicht anders gemacht das braucht halt alles seine zeit und mit ein bisschen schmackes wie man so sagt bekommt das alles weg jetzt geht es weiter mit dem tiger und mit dem tiger man sieht es vielleicht schon so ein bisschen der tiger hat durch seine netzstruktur einfach so ein bisschen abrasiveres verhalten also ein bisschen der schabt es einfach schneller weg solche teig überstände das sieht man hier glaube ich auch sehr gut jetzt sind wir mit dem tiger dann außerweit fertig und man sieht mit dem tiger war ein stückchen schneller aber ich glaube der große vorteil ist der dass ich den tiger jetzt tatsächlich halt einfach in die spülmaschinen rein legt und er kommt pico bello hygiene sauber wieder raus das finde ich ist der große vorteil und man sieht jetzt auch hier nochmal die abrasive wirkung also er schabt einfach schnell runter solche rückstände wenn ihr mehr wissen wollt zu den test dann auf rennesfoodpassion.de macht's gut wie immer